Ey Ey Eyob, wie gehts? Moin Servus Lang nicht mehr gehört, was? Vor allem, wie gehts? Und Eyob so, Servus Also meine verbraucht gerade 2,4 Liter am Stand Ja bei mir auch, weil ich bremse und so Also Sehr schön Ich fahr einen Schneidwerk gerade vom Case Also, LS Hä? Du spätst LS Nein, ETS Alles klar Ja, oben das Ja, ich hab ja auch einen gemoddet länger Achso Hm, eigentlich kämpf jetzt wieder los Oh Oh Ja So Äh, ne noch nicht, also ich hab's noch nicht ausprobiert Irgendwie sind 10 Ecovys weg Au Ey, warum gibt der gerade kein Gas rückwärts, das sag ich nicht Ah egal Übrigens Flo, wir haben jetzt den Action Convoy kalt gemacht Die Action Convoy kalt gemacht Na, von Felix und Gitarre Ach doch Die waren jetzt 3, ganze 3 LKWs haben sich angemeldet Und wir waren dann plötzlich 26 Leute, die sich angemeldet haben, aber ein paar sind nicht gekommen Äh, von, äh, von was? Von, äh, von was? Von Woll ETS Achso Und die waren nur zu dritt, oder was? Ja Gegen die seid ihr dann in Konvoi gefahren, oder was? Ach, keine Ahnung, wir haben das halt ganz früh reingestellt und ich hab immer wieder Werbung gemacht und dann war plötzlich so viel Ja Ja Ach, das ist auch das neue Video, was Joop hochgeladen hat, kann das sein? Ja 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 Da klingelt ein Telefon Ja Ja Was ist denn nur das, Alter, vor mir? Die ist, Käpt'n nicht mehr da! Also warst du nur das, Alter, vorn hier Es müsste gleich noch einer kommen Klapptest du? er ist so was er hier hat auch kommen kann also ich dachte schon jemand anderes es ist gleich wir stehen schon seit vier Minuten Auro das heißt es heisst du ehrlich so ich darf das Lars dann seid nicht coldfall sondern ich darf das okay es kommt einer guten tag jetzt sind die auch noch er wo bist du ist da jemand müde nein warum nicht weil ich nicht müde sein kann wenn ich die Eker wir fahren Dreh los 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 gut gut einfach dein L reingemacht mein Schneidwerk wiegt 29 Tonnen alles klar ja unruhig aber meine verschockte wir haben jetzt drei auch noch oder mit was für Zugmaschinen fahrt ihr äh Scania hoffentlich fährt auch einer von euch ein italienisches Pizza an gleich was boah ja ja was seid ihr für Streber ey ich seh es schein kommen viel zu schnell lecken wir ich fahr ich fahr 125 also als äh Sondertransport ey ich fahr 80 und die kommen noch nicht hinterher ne weil Lars manchmal leckt und auch wenn das wegen ich bin ich weiß ich mein links der fährt mit 134 ach so sag mal immer noch zu schnell jetzt stufel nein du hörs nicht zu schnell ja die sind aber 40 Kilometer weg von mir geht auch nicht na klar geht das ja toll aber dann wird ok uuuh auch mal lasst mir jetzt in den Arsch wie ist das nicht ich höre mal ok 1,2,10 oh Gott das war auch knapp ja 1 1 1 1 1 2 jetzt mach ich euch kalt jetzt mach ich euch kalt hä warum ach so er hat auch mehr PS und auch snack manchmal 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 wer hat die meisten PS bei euch ja pass auf charlie ist doof charlie ist doof wer hat die meisten PS bei euch ich habe 30 was 30 PS PS sagt doch das 730 und hier vor uns 750 also ein Volvo und ja ich habe ein Mercedes mit 57 PS von der Community was ein Mercedes Act was mit 750 PS ja ja ich habe ich habe ich habe ich habe jetzt fahr ich rein Ich hab mir keine Maulstelle! So, jetzt können die alle warten. Wenn ich will, dann kann ich dich auch ziehen. Plus kurz sind wir im Konvoi und da rase ich mich. Du könnt doch mal warten, okay? Ich will keinen Verkehr aufhalten oder so. Ich lass mal Platz, dass du da wieder rein kannst. Was machen die? Ach, da sind ja noch zwei dazugekommen. Das haben sich 25 Leute angemeldet, also es wundert mich, wo die anderen geblieben sind. Da kommen noch 25 Leute oder was? Nein, da! Der war noch am Anfang irgendwie ein bisschen mehr angemeldet. So, ach der hat mich vorgebracht. Ja, da! Ah! So, ich bin jetzt wieder hinter Charlie und... Wo ist Lars? Lars? Ich bin einer von den fünf Admins, die es hier gibt, glaube ich, immer. Da steht der ganz da vorne. Angst machen! Nee, das sind da vorne. Ach, da ganz da vorne. Boah, der steht ja halb auf meiner Spur. Ich glaube, zackt! Jo! Jetzt muss ich schon Licht anmachen, oh Gott! Oh ja, beruhig dich doch da hinten! Ah, nee, du bist zwölf! Nee, ich bin schon dreuzehn, ich bin schon fast vierzehn. Also. Aber zählt noch bei uns jetzt zwölf! Ja, ich bin aber schon bald vierzehn. Nee, dauert noch ein paar Monate, ich hab einen elften, also im März. Geburtstag! Auch erst nächstes Jahr! Ja, nächstes Jahr! Holy... Danke! Wuuuuh! Das nennt man Stand-Dex! Genau, Lars! Grüß, Lars! Ja, warte! Achtung, sorry! Boah! Der steht hier bitte auf der Spur! Komm, vor, vor! So, den rahme ich jetzt nochmal so richtig fett! Oh, das muss ich leider rüberzucken! Oh, schade! Hä, so irgendeiner ist jetzt gerade gegangen! Das, oh, weiß ich! Nee, keiner ist gegangen! So, jetzt sind wir schon in... So, jetzt sind wir schon in... Innsbruck! Wow! Noch lange nicht da hoch wir hinwollen! Ja! Noch lange nicht! Sind 15 Minuten hier! Wow! Boah! Boah! Hm? Wer ist vor mir? Er hat die Boye! Er hat die Boye! Okay, was ist mit Lars los? Er ist gegen die Laterne gefahren! Er ist gegen die Laterne gefahren! Es hat sich aber irgendwie anders ausgemacht! Ja! Oh! Oh! Ich weiß nicht, wie heißt der? Ähm, Green708, der hat mich gerammt! Äh, ich hab dich nicht gerammt! Äh, doch! Oh! Was? Du hast mich gerammt! Ich hab dich nicht gerammt! Ey, gibts zu! Ich hab's auf Recall! Oh Gott! Ich hab's auf Recall! Ich hab's auch auf Recall, dass ich dich nicht angerammt hab! Ähm, ich hab Frau Cox da jetzt mal die... Äh, äh... Der Erop! Ja, tut mir leid mal den Link, den ich dir geschickt habe! Ahhhhh! abnormal Report, nerd! B- Gleich halt scheuf gesagt! Report! Komm und wir machen die Ausfahrt zu! Sphys! Ok, mit, wie viel K. Dur rip's! Und.... ...nach, miteinander... Wie viel Kamera? Prozent es war ein Plan Prozent Prozent okay nach Recht überholt sich machen für er steht ihr ein Bild an die Karte an er ist sie die Kurve Eheber und ihr wie möglich ist eigentlich die Welt er sich nicht sicherlich der Gullex folgen Kau Ego und was macht er wir machen was was die Sparte du spart das ist meine Spur Na klar fahren wir rein komm rein ok komm 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 ich stopp dein komm dir hin komm dir hin und du ziehst da mit 10 Gramm hau um die Kurve du kann man hier eigentlich langsam fahren ja klar ja schick mir hier mit 40 scheiße weg die Befortsgesicht fahr oh ich guck mal kurz was es für eine andere Ladung gibt die geht mir langsam bis vom Gewicht herauf und zeige Na fahr auf auf meinen Druckluft Planzeiger mein persönlich ich weiß schon ich weiß schon wenn jetzt ich weiß auf diese Fahrt gibt's noch ein Crash mit mir und Lars wegen leckerer lecker okay jetzt jetzt du wächst gerne ach viel Spaß nein Entschuldigung Prozent die Klinik die Klinik ich bin die 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 okay das was mit dir los ist eine gleiche die ja nie über die Stilte ich bin ich beleidigt warum bist du es dann ich bin ein bisschen die Klauer weil ich nicht beleidigt Okay, was ist mit Lars? Er hat wieder Spielstand geladen. Nein, ich hau ab. Ich hau ab, ich hau ab, bevor er mich noch... War der unbedingt noch auf der... Es waren zwei Spuren, das wurde zu einer Spur, und dann musste er mich unbedingt noch überholen, hat mich weckerammt, bloß gut, hab ich keinen Schaden bekommen. Wahrscheinlich, weil ich dich nicht mehr weggerammt hab. Oh! Oh, Bier! Deswegen stand ich plötzlich auf einer anderen Spur, weil der scheiß Hänger mich nicht gerissen hat. Das ver... Wir hören dich nicht. Lass nochmal das nicht sprechen. Und Maut. Alter, 49 Tonnen! Wowaa! Machen wir 100 Tonnen raus. So, ich bin neben... Ey, genau hier müssen wir oben... Oh, schau, da geht ein Geschiss. Im 10. Gang wird ja nix. Hast du erst geschissen? Nee. Geiles ist das hier, wo es plötzlich einspurig wird, also in einer Tunnelseite. Ja. Ja. Komm! Komm! Mach dir den Gang rein, und wir da nicht losfahren. Ich kann loslassen. Ja, ja. Langsam, sonst wird es knapp. Ja, okay, weg, Alter. Ich wüsste dir, das ist ein Auto, oder? Ja. Ja. Egoi. Bist du bereit hoch? Und wer ist weg? Green. Wie viele Kilometer habt ihr runter? Ja, als ob! 80.000. Äh, ist noch gar nix. Nein! Nun, jetzt sag ich, ich hab ihn reingehört. Jetzt hat er? Ich habe mit... 600. 600. 600. 600. Kilometer. Ja, da habe ich deutlich mehr zusammengefahren, wenn ich mal gequietet. Ich habe mit meinem Mercedes den ersten mit 5 Millionen abgeschlossen. Ich hab eins, äh, eine Million 6532 Kilometer grad. Boah! Schleicht! Das ist... Äh, Georg, was macht denn eigentlich deine Daphine? Ohhhh, wie schlecht! Ohhhh, wie schlecht! Was hast du mit der gemacht? Tja, das kommt davon, wenn man nicht LKW fahren kann. Geh, Eob! Heißt der Eob? Heißt der keine Eob, der zu viel Gas gegeben hat? Hahahaha! Ah, Junge! Welche Kakerlake kriegt? Welche Kakerlake in den Arsch jetzt? Da bin ich mal gespannt. Ja, toll. Wieso toll? Na, alles gut, ich hab nichts gesagt. Hey! Stell's das Evo vor. Ne, danke. Ja, warum nicht? Ich stell mir nur grad wieder eure chaotische Fahrweise vor. Das ist nicht chaotisch, das ist perfekt, ey. Ja, deswegen heißt der auch Chaos tun wollen. Du hast nichts, ey. Kuckuck, ich weiß nicht, wie deine ist aber gar nicht. Meine ist sogar echt gut. Ja, 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 das sagt jeder. Wenn du Videos machst, dann sagst du immer, ach blinken ist Luxus, Luxus habe ich nicht also. Boah. Hey. Hey. H- Öh- Oh. Äh- Ist ein Lars aus diesen TS gegangen oder wie? jetzt richtig vorstellungen wir fahren straße war nur ehrlich ist hinter mir halt auch fürs jetzt so richtig sehen er ist das nicht geteilt ein mensch das der weiß sind hier auch der struktur die st abgedampft ein aus Wir müssen mal ein bisschen langsamer fahren, keiner kommt hinterher. Die 8. Beim Beschleunigen darf ich doch mal voll was geben. Ja, wer ist denn jetzt die Frau? Ich denke da auch so. Nur weil ich bei 20.000 auf Drehung hochschalte, kann man zwei gehen. Ey Doktor, ich kenn dir den. Deswegen kann man hier einen perfekten Standort zum Warten machen. Wo ist denn eigentlich jetzt mein einer Kunde hier? Die Steam-Liste, wo steckt denn der? Hallo? Nein, nicht Kirschkumprat und auch nicht Kartoffelrambo, nein. Ja, Lars leckt immer noch. Wie? Ich frage mich manchmal, was mit uns, mit mir auch manchmal. Ähm, da lenken wir alle rum, bei unserer ganzen Firma jetzt schon. Ich denke wegen des neuen Update. Oder wegen unserer Firmen-App. Ja. Ja. Es ist irgendjemand gegangen, also Lars ist immer noch weiter drauf. Da aber leckt. Der leckt ein wenig. Ein wenig. 139. Alter, du steilest gerade nur vor mir und jetzt packst du doch noch in deinen Blinker gehen, wie wenn dein Relais kaputt ist. Oder ein Blinker kaputt ist und wenn das Relais denkt, das gehen alle und macht einfach alle schneller. Ja, das schreibt jemand. Und jetzt war er weg. Und jetzt war er weg. Und jetzt schon wieder Motor Fail. Okay, der Internet ist im Arsch. Bis, Lars. Ja. Komplett drin. So jetzt ist er hier weiter. Er stehst du hinten? Also können wir doch weiter. Alter. Okay. Ich darf das geben. Wieso? Oh, da ist ein Straßengrau. Oh, mein Chef spielt. Hier ist jemand gesporent. Gesporent ist da jemand. Bleib weg. Ja, ist er wie Scania. Ich fahre mit dem Schwarzmüllerhänger, krass. Du willst da lang? Ja. Gut, ich fahre hier lang. Ja. Wir machen das tatsächlich alle. Ja, außer ich. Navid! Ich habe mir meine Absicht angehalten, weil ich schon wieder alle Abstand halten. Ja. Was? Ähm, du hast jetzt von mir das Schwarzmüller DLC bekommen, gell? Ja. 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 Ja, jetzt komm ich vorhin. Ja. 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 Ähm. Oh, er hört aber nur zu. Jetzt nicht mehr, jetzt sagt er was. oh ja. Ich denk mir, er ist nur auf den TS gekommen, um unser Scheiß gelaber zu hören. Ja, ich unterscheiße. Kann man doch mal hochstufen, oder? Ja, ich bin auch gerade. Warte, eh. Mir ist einfach das Auto. Ja, also... Jetzt geht's nach Ungarn. So, jetzt wird's... Ja, weiß ich. Ah ja, wir sind schon hier oben am Tunnel. Und die anderen sind erstmal alle... Ich seh's nicht ein, auf den Berg da anzuhalten. Weil wir im zweiten Gang hier hochleiern. Weil ich jetzt nur im zwölften Gang 79 fache. Ich war mir im neunten, dann. Im neunten, dann musst du ja bei 20.000 umdrehung mindestens sein. Ich fahr grad im 11. Oh. Und bin bei eins, eins, äh, sieben umdrehung. Ich bin bei 83. Na gut, jetzt bin ich bei zwei. Was fährst du? Was? Oh, jetzt... Was für ein LKW? Was ich jetzt grad für ein LKW fahr? Ja. Ja, auf jeden Fall ein Schwede. Ja, dann kann es gar nicht ein Volvo sein. Ja, welchen sagst du jetzt? Ich denk mal, Skania. Einfach... Au. Boah, das Auto zieht hinter mir, ey. Ich... Ich hab auch noch ein aufgepimpten, also von dem her. Ich warte oben auf euch, wa? Mit, mit... Ja, ich bin hin und ja. Ich fahr grad mit 60. Mit einem schönen Bodykit vorne Dran Liefer gelegt Das habe ich schönen Das habe ich schönen Lauf, ey Ich habe mir noch 7% Solange du nicht deine Eier beim Laufen verlierst, ist alles, okay Wow Alles auf YouTube, wow Hey, was nehmen die auf, oder was? Ja, unser scheiß Gelauf passt alles auf YouTube Was auf meins, oder was? Ja, jede Ach du Lüb Lüb, 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 Lüb Boah Na klar Ja, 30% Bergsteigung Was? Mit 30%? Das kenne ich mich doch aus Jetzt geht's Bleib auch bei 80, Alter Bitte? Ziemlich schwacher Bevor So, bei 50 komm ich nicht an Och, bei gar nicht schon Wer will Baumstämme haben, ich hätte welche Und man kann kurz anhalten Ich habe 22 Tonnen Raumschiff Ich auch Nach dem Prozine Nach dem Prozine Nach dem Prozine Nach dem Prozine Dann geh in die Werkstatt und lass deinen Motor reparieren Du hast ohnehin noch ganz hin, so Wartest du mal? Ja, ja, du hast weniger Tonnen als ich Ich muss da mal anhalten, meine Route ist weg Hä? Unter Fehlfunktion, ich will wieder starten Ja, du fährst doch weiter Ja, wir müssen mal anhalten Ich muss meine Route wieder planen Ja, du Holy fuck, ist ja Ja, 30% Ich war bei 80% Und bin 30% runtergegangen Oh Gott, so bleibst du jetzt gerade stehen Kann man doch machen Boah Fahr mir noch War ja drauf Eigentlich haben wir nicht mal lange Nö Haben wir auch nicht Und es kann noch weiter Wir werden nicht unterscheiden Weiter Du weißt schon, du hast jetzt weniger Tonnen Als wir alle drauf Oh, steigend sind die drei noch Deswegen schalte ich ja auch immer Höhere Gänge, damit er mehr zu tun hat Oh Holy shit Was denn? Oh Gott So Ich fahre schon gerade im fünften Und sechsten Gang mit 30 km Mach mal Gleite hier in der Satteling Oh Magst du schon tun? Tich Husband Was denn? Ich fahre schon mit dem fünften Aus Hörger Ein ich bin gerade schön immer wieder am berg aus ich wollte noch ich war heute mein höchstes für diesen komboi mittengang war ich beim zehnten gang war mein höchstes dass ich gerade rollen es nur oder ich bremse gerne so eine scheiße ja ich lass mich doch nicht nach syrie springen ne mache ich nicht mit es ist ich kann gerade für 1 euro 2 jetzt komme ich nicht weiter ich muss noch mal neu ich muss noch mal neu laden weiter geht's nein nein niveco zieht volvo lkw ist hier gerade bei mir so ein italienisches pizza blech ey er hat so eine alte darfine kommt gerade hier vorbeigefahren dreiaxig in weiß ja und sonst hier in echt bei mir parken keine lkws im vorgarten dafür ist mein garten zu klein die und 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 t war jetzt nissan gibt auch garst du scheiße k.i auto alter eine fresse L so jetzt hoffentlich liege ich nicht da auch bitte die Dachte ich kann nicht mehr euch brauchen die schalten vor 8 sauren so meins kann ja ich bin uns weiter ihr ich bin ich bin hingeflogen aber doch jetzt bin ich ja mein Ziel ruhig die Güte wenn ich da kommt wenigstens nach Venetia damit wir das Grinchot machen können nie ich bin getragen ich bin auch oft user disconnected from the channel user disconnected from the channel und ich hätte meinen um die städte ich hätte meinen scan ja beinahe gerade zum überschlag gebraucht 344 kilometer ich fahre da vorne halt dann an jetzt muss ich zwangsläufig eine ampel halten ein auto hat mich getroffen ich 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 er ist da am ende da Ja, was macht ein schönes Mob-Projekt grad? Dann kannst du ja meins dazwischenziehen. Keine Ahnung. Ich fahr los und plötzlich merk ich, dass ich keinen Trailer mehr hab. Er steht bestimmt noch irgendwo an der Werke und hab nichts dran gemacht. Ich merk grad, dass der so schnell beschleunigt und ich fahr schon wieder wundert. Ja, ohne Trailer auch kein Wunder. Ach Mensch, Eor, man ärgert doch keine Tiere. Schöne. 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 Ja. 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 Von Kargummi kann ich gerade nur träumen. Ja, alles klar. Meiner hat gleich 1.700.000 runter. Ja, das war, jetzt hätte ich eine Säule mitgenommen. Ja, mein Typ wird, äh, gerade, ähm, müde, stelle ich mal. So, wieso fährst du eigentlich den Convoy nicht mit? Oder fast nie. Wer? Du. Ich. Ja, du. Äh, 300 Astronauten. Keine Ahnung. Kein Bock. Ach man, das ist doch ganz einfach. Bei mir funktioniert der Dreck aus irgendeinem Grund wegen einer fehlerhaften Voranmeldung. So funktioniert der jetzt seitdem nicht mehr. Hm? Hm? Banner Mail. Aha, okay. Okay. Was hast du da so geschrieben? Okay. Deine Freundin würde, könnte dann somit auch jetzt mal mitmachen. bei euch oder was? Ist sie schon mal mitgefahren? Was fährt ich für ein LKW? Also was von klar. Sie fährt in Scania und du fährst deinen alten Dach. Du fährst da so in den Konvois immer in den alten Dach. Oh Gott, deswegen bleibt bloß weg mit dem. Nein. Dann mach ich krank. Abtesitzende. Du fährst auf dem Kettdekang. Du fährst auf dem Kettdekang. Du fährst auf dem Kettdekang. Dann mach ich krank. Wer? Atemtäter. Äh, Täter. Ja. Ja. Die Katzen. Ja. Ja, du bist ne Katze, weil du sagst. Ja, du bist nehm. Ja, du bist ne Katze, weil du sagst. Ja, du bist neuer Millionen. Sogar neun... Passt. Nein, eigentlich nicht. Ich muss acht Stunden arbeiten. Dann spiele ich gerade mal abends vier Stunden. Ah! Okay, wer hat mir jetzt geschrieben? Nachdem ich in... Ach, meine Liebens... Ja... Marlene... Ja, klar! Und block mich gleich! Was soll denn der Schwachsinn? Oh, so eine... Solche dummen Kühe... Keine Ahnung, warum die mich alle grad blockieren... Im Schreiben... Was? Hey, die hat was in meiner Chronik gepostet? Ja, genau! Ja, genau! Ein Pornovideo! Ja, genau! Und das zweimal! Ey, ja, klar! Und dann block die mich, wenn ich mit ihr schreiben will! Auch nicht schlecht! Was soll denn der Schwachsinn? Ja... Ja... Wo seid ihr, Erop? Ey, warte! Wir fahren 40! Und fahren jetzt bei der Tankstelle raus! Oh, Mann, oh. Ey, das ist doch unfair! Ähm, wo auf der Gegenspur auch einer ist. Wir warten grad. Auf dich. Ohne den Rest. Hast du noch welche bei dir? Die Fragen, ob wir eine Pause machen können. Die wollen alle eine Pause machen. Die wollen alle eine Pause machen können. Die wollen alle eine Pause machen können. Äh, drei Stück haben gesagt, wir müssen aufs Klo. Also sollen die doch pinkeln gehen, oder? Wir warten also. Oho. Sollte I just had a tracet. 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 Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zöðu í höfu, það er alvegur með gafljörnir og þá erum þessu ennþjörnir. Það er á mér gangrennin, fölgi sagan, eins, það, þá er á þessu glöður.